Yo, liebe Freunde, für alle, die uns nicht kennen oder keine Ahnung haben oder kein Internet, wir sind Proje Gummizelle. Wir stehen hier in Köln-Ehrenfeld an einem legendären Spot. Hier haben wir schon diverse Rap-Videos gedreht, unter anderem mit dem Plot, unseren lieben Freunden aus Düsseldorf. Ich stelle alles auf Null, auf Null, auf Null, alles auf Null, auf Null, alles auf Null. Und deswegen sind wir heute auch hier. Die haben uns gefragt, ob wir nicht ein paar kleine Sätze zu ihrem neuen Album, das bald kommt, sagen können. Nee, zum Track, glaube ich, ne? Genau. Wir sollen was zum Track sagen. Und ja, da wir auch Akademiker sind, liebe Freunde, haben wir uns natürlich auch Notizen dazu gemacht, die wir euch jetzt vortragen. Wir haben uns professionell vorbereitet auf diesen Interview-Termin. Wie hieß der Track nochmal? Diskutieren. 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 Auf dem neuen Album, das Video soll nicht zu lang werden. Also wir geben euch jetzt einen kleinen Überblick, worum es in dem Lied geht. Also unsere erste Notiz zu dem Song, ja, klingt wie Markus Lanz auf Crack an der MPC mit einer Alexander-Marcus-Hook, was wir als sehr positiv betiteln würden. Definitiv. Beat ist jetzt, glaube ich, nicht so unsers. Nee. Ja, doch. Hat schon was, ne? Für die Disco, fürs Diskutieren, genau richtig, liebe Freunde. Klingt auch so ein bisschen wie, wenn, da ich kenne, 2001 der Türsteher deiner Lieblingsdiskothek werden, aber Majo nicht reinlassen. Okay, und? Das ist Bescheid. Schon mal nicht wie Flair, ja, das ist auch ganz wichtig. Flair, Flair. Aber uns ist natürlich aufgefallen, dies geht auch explizit an Conny, ja, hier wird ein Bildungsniveau vorgegaukelt, was einfach nicht vorhanden ist, liebe Freunde. Ja, lieber Plot, da hilft auch die Schein-Emmatrikulation. Richtig. Und da konnte noch so viel wie hier auf EDM gemacht werden und Techno und so, da läuft nicht. Nee. Und was wir noch sagen wollten, Leute, kauft unser Album. Ja, kauft dich das Album vom Plot. Genau. Und ja, das war's, wir sind raus, Alter. Prohe Gummizelle. Bitte. Ich bin nicht hergekommen zum Tanzen, ich bin hier zum Diskutieren. Ich trink Jägermeister-Cola, bis die Ärzte intubieren. Du sagst, ne nette Unterhaltung kann mit dem Kerl nicht passieren. Doch was du Lallen nennst, mein Freund ist Sonomato-Poesie. Du fängst an zu stottern. Alib, Alib, Aliteration und Dreh des Kraut und Rüben. Ein Typ.